Ivan! Oh, alle mal herhören, mal herhören. So, Leute, jetzt wollen wir uns mal richtig Mühe geben und Josh zeigen, wie gern wir ihn haben. Ja, so eine Schweinerei! Ah, Mist! Scheiße! Wir schließen gleich. Josh, den Job zu verlieren war das Beste, was passieren konnte. Freie Leute sind wir jetzt. Ja, und stehen vor dem Nichts. Sie sind doch nicht dauernd so pessimistisch. Dann bist du bloß mein Freund geworden. Jetzt guck dir das an. Das ist geschmackloser, langweiliger Käse. Geistlos, krank, schweinkrank. Ja, völlig richtig. Das könntest du auch. Das könnte ich nun wirklich besser. Ja, richtig. Du könntest das. Wo ist das Video, das wir heute Abend gesehen haben? Na los, rück schon raus. Vorsicht, Vorsicht. Und da, wenn es sein wird, wenn es ein Grund hat, soll das auch nicht, var. komm raus.